Es geht bald los. Und wir haben Freizeit für nachher. Bei der Kamera entlang. Eventuell machen wir das Arten, dass wir da mehr laufen. Und nachher würde ich mich sehr freuen, wenn Leute sich beteiligen an der Aktion und mit uns hier mit Licht malen. Mein Name ist Solrich Hausen. Wir laufen jetzt hier mit der Wasser rum, was sich psychologisch anfühlt. Und der Hintergrund ist, dass wir hier in der Mitte noch in der Kamera haben. Wir haben hier sind 360 Karten am Rahmen. Start. Helene macht wieder bereit und das Foto läuft. Wow, nice. Sehr schön. Okay, und das Foto stoppt. Nice, nice, nice. Sehr cool. Und Angelika hat auch hinten angemäustet. Vielen Dank. Ganz toll. Weiter, weiter, weiter. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Okay, der sitzt noch. Es schmeckt vorzüglich. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. cesse